Ja. Hallo, Neo. Ich hab dich ja im Auto trüben. Welche Pille möchtest du? Machen wir mich jetzt mal nicht vor, mach endlich dein Studio an. Ja, willst du mich verarschen? Ich bin halt schon wieder matt. Meile Fresse, geh ich halt noch ein bisschen Bankdrücken. Ja, so ist besser. Rom ist schön.